Hoi miteinander, ich bin Jared und ich bin Andrin und wir machen beide die Lehre als Physiklaborant bei der FISPA. Kommt mit, wir zeigen euch, was man als Physiklaborant so macht. Die FISPA mit Hauptsitz in St. Gallen ist ein topmoderner Arbeitgeber. Sie ist im Bereich Photonik ein weltweit tätiger Hersteller von optischen Komponenten und Systemen. Physiklaboranten führen Experimente durch und helfen beim Bau von Prototypen. Unsere spezialisierten Teams erfüllen die komplexen Design- und Fertigungsanforderungen von Kunden aus den Bereichen Life Science, Advanced Manufacturing und Verteidigung und Luftfahrt. Die Coole am Physiklaborant ist die grosse Vielfältigkeit und Abwechslung, die die Ausbildung mit sich bringt. Zudem erarbeitet man sich alle nötigen Grundlagen, um mit Experten in einer technischen Diskussion mitreden zu können. Wenn du hier bei der FISPA eine Lehre als Physiklaborant anfangen willst, solltest du Interesse für Naturwissenschaften und Technik mitbringen. Eine grosse Offenheit für immer neue Themen und Arbeitsweise. Wir hoffen, wir haben euch einen guten Einblick im Prof. Physiklaborant gegeben. Falls wir euer Interesse geweckt haben, bewerbt euch doch noch heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.